Hallöchen Leute, ein kurzes Update zu meinen Videos. Ich bin in letzter Zeit etwas aus der Bahn geraten. Was das heißt, ich bin mir momentan nicht ganz sicher, wie das ist mit den S4League-Videos, denn ich habe seitens YouTube eine Message bekommen, dass meine Videos unter Umständen nicht monetized werden können, beziehungsweise vielleicht sogar geblockt werden. Und bis das hier gelöst ist, weiß ich nicht, ob ich das noch hochladen kann, darf, etc. Ich kümmere mich eben gerade in diesem Moment darum, dass ich hier ein bisschen Klarheit bekomme. Naja, das betrifft jetzt im größten Teil nur S4League. Im Sinne von, bei S4League gab es Komplikationen und, was ich noch dazu sagen muss, bei Saints Row the Third, aber da ist es etwas drastischer, denn THQ beziehungsweise Volition haben anscheinend etwas dagegen, wenn man ihr Footage bei YouTube hochlädt. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall wurden die Parts weltweit geblockt. Was heißt, dass ich das Let's Play erstmal pausieren muss, wenn nicht, muss ich es abbrechen. Ich weiß es nicht, wie das jetzt momentan steht. Ich kann momentan nur Skylines hochladen. Das wird sich aber in den nächsten Tagen ändern, beziehungsweise werde ich ein weiteres Update bringen. Bis dahin entschuldigt die Unannehmlichkeiten und viel Spaß noch beim Schauen. See ya!